Die Stufe der digitalen Integration ist mehr als eine bloße Anreicherung der Lehre mit digitalen Elementen und Szenarien. Sie verschiebt die Aktivitäten des Lernens so, dass die Inhaltsvermittlung nun selbst gesteuert ist und die anschließende Inhaltsvertiefung physikalisch verortet wird. Die Phase der Inhaltsvermittlung wird nun vollständig digital und der Hörsaal zu einem Lernort der Kollaboration. Mit digitalen Medien wie Text, Lehrvideos oder komplexen multimedialen Lehr-Lernarrangements wird für eine zeitgemäße Inhaltsvermittlung gesorgt und moderne Hörsaal-Technologien wie interaktive Whiteboards oder das eigene mobile Endgerät sowie zusätzliche digitale Medien dienen zur Vertiefung der in Phase 1 erworbenen Inhalte. Dazu kommen zahlreiche sogenannte Szenarien, zum Beispiel die Nutzung offener Bildungsmaterialien in Phase 1 oder die digitale Kollaboration in Phase 2, zum Beispiel durch die gemeinsame Erstellung digitaler Texte. Diese digitale Integration macht die digitalen Elemente und Szenarien zu unverzichtbaren Bestandteilen des Lernens. Das führt zu einer völlig neuen Präsenzphase, die nun primär der Beratung, dem Austausch und dem Kompetenztraining dient und den Lehrer zum Lernbegleiter oder Coach werden lässt. Und wenn erforderlich, lässt sich die Inhaltsvertiefungsphase ebenfalls vollständig digitalisieren und es können Online-Kursformate angeboten werden, sodass nicht nur eine neue Didaktik, sondern auch bisher nicht realisierbare Kursformate ermöglicht werden.